hey freunde heute ein classic fächer im angebot für euch und zwar haben wir hier den drago fächer von classic 25 schuss 30 mm hat eine nim von 325 gramm und kostet 13 euro 50 und gehen wir mal raus und schauen uns mal diesen 13 euro 50 fächer an also bis gleich draußen zur zündung so freunde jetzt wie versprochen der drago fächer 30 mm für 13 euro 50 schießt auf jeden fall einzeln soweit ich will 13 euro 50 empfehlung und 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 Bis zum nächsten Mal.